hallo zusammen willkommen zurück bei arg so das alles hier immer noch am brüten die minuten etwa noch dann schlüpft unser neuer agent abel so ist die frage was machen bis dahin mal gucken mal gucken mal gucken wie es aussieht alles klärchen wie viel haben wir denn eigentlich ab 6 es wird bald wieder hell gott sei dank könnten wir mal gucken gehen wie weit das bier ist aber ich schätze mal das dauert noch eine weile ja das dauert noch ein bisschen ebenso und da vermutlich auch genau okay cool cool bin schon gespannt bin schon richtig gespannt auf unseren kleinen agent habe ist der kleine wunde proppen so vielleicht mal noch fleisch besorgen doch was zu fressen wenn das schlüpft ja ich gebe mal die hälfte das müssen reichen guck mal johnny hat ein level ab jetzt gucken wir noch nach darüber mal gucken wie es der geht der müsste eigentlich auch ganz gut gehen hier und wie sieht es aus 50 minuten ja wunderbar die kriegen wir doch noch geprägt finde ich klasse okay die milch frisst der frisst der frisst ja eh aus dem trocken das heißt die milch brauche ich nicht mehr das jetzt trotzdem im inventar was soll's ja schön mal wieder eine runde arg habe ich richtig bock drauf cool eigentlich sollte ich mal amisa weiterspielen aber momentan habe ich einfach mehr lust hier weiterzumachen so wie geht es mit rexina da oben können wir nicht auch mal gucken auch mal ein bisschen tierbetreuung heute wir wollen mal schauen hier geht es gut große ein level ab kein nix okay schade 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 aber hier geht es gut ist die hauptsache so und den zwei jawohl madame geht es auch gut in die nuti geht es auch gut alles klärchen können wir nicht mal bei gelegenheit mal eine tour mit dem prachtkerl machen mal gucken was das drauf hat mittlerweile hat er gelevelt wie ein wahnsinniger so na ihr zwei euer junges schlüpft gleich mal gucken nicht erstmal verpassen hier wo eine minute 30 alles klar wird dann leppe ich jetzt erstmal hier oben wir sollen ja nicht verpassen na gucke mal unser neuer agent habe es gibt auch kein name gute wird mir schon noch einer einfallen aber jetzt erstmal müssen wir gucken dass wir den kleinen burschen hier nicht verpassen na dann seid ihr mama und papa ihr zwei so du gehst mal kurz runter damit wir hier schön platz haben alles klärchen dürfte es nicht mehr lange dauern da kommt der kleine schon ausgeschlüpft hier na 50 sekunden naja das können wir uns noch kurz warten die fackel hält es ja zum glück auch noch ein bisschen so fleisch habe ich dabei jawohl sehr gut aber du hättest auch noch fleisch gehabt zur not aber du nicht ne mann ja hier kühler kuleoklaue ok ob ich denn die hier frage ich mich gerade aber wie sieht es aus und 26 sekunden guck mich schon mal mit 10 nicht mit strg na so gleich gleich ist es soweit gleich ist es soweit ich bin schon ganz gespannt den 98 7 6 5 4 da ist er ui ha 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 oh Gott bist du klein komm hier kriegst gleich mal fleisch oh ho ho Gott bist du klein äh wie leg mich nochmal hin mit x ne ja ist sehr niedlich folgst du mir ja du folgst mir ne da lassen wir mal ganz kurz hier äh behalten nochmal auf idrig damit du mir auch schön hinterher läufst oh komm komm kleiner na da frisst er schon guck mal fliegst du auch wenn ich zu weit weg bin ne ne die kleinen babies können auch nicht fliegen na komm noch ein Stückchen noch ein Stückchen ich laufe mal hier aufs holz rauf damit man nicht ganz sieht ja ja da ist er ja guck mal da machen wir es auch bei den nochmal aus oh Gott den kleinen kerl sieht man ja kaum hier haha bist du niedlich bist du niedlich ui 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 oh Gott den kann man kaum sehen hier auf dem holz der ist so klein na ja hallo ist auch noch genug fleisch komm gib die mal rein ah ja guck mal hübscher ist er was ist das äh was ist das was ist das was zack sprachfehler heute so was hast du denn ein männchen ist es 212 und die werte uh uh 9000 Nahrung ui 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 Bewegungsgeschwindigkeit Schaden ist gut Leben ist auch okay uh ich glaube das könnte unser neuer Kampffurbel werden hier Prachtkerl braucht Zuwendung in 2 Stunden und boah alter dauert ganz schön lang so niedlich niedlich Ja, hat der noch genug Flash? Wollen wir nochmal gucken. Sicher ist sicher. Uh, der kann aber ganz schön viel tragen. Dann gib mir mal das vielleicht von dir oder da auch noch. Du hast ein Level up. Also dackelst mir immer noch hinterher. Warte mal, ich pfeife dich mal auf. Stehen bleiben. Ach, jetzt wandert der hier rum. Hier rumläuft. Die kleinen Flügelchen. Ach, wie süß. Ah, guck mal, wie er direkt zu den Eltern läuft. Haha. Ah, ist das niedlich. Warte mal. Wandern, deaktivieren, genau. Ah ja, guck mal. Oh, ist er nicht niedlich, der kleine Gerl. Ja, gut. Ich werde mal noch schnell Fleisch besorgen, damit der auch ja nicht verhungert. Damit der hier auch ja nicht verhungert. Da, guck mal, da haben wir noch mehr. Guck mal die Hälfte und davon auch noch mal die Hälfte. Das muss dann locker reichen. Hoffe ich. Warte, stopfe ich ihm gleich mal rein. Mal gucken. Tipp, 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 tipp. Ja. So. Ah ja, guck mal. Geht. 200 Fleisch. Das wird schon eine Weile halten. Den Rest kriegst du. Das hebst du jetzt einfach mal. So. Ich würde zum Beispiel den kleinen können wir jetzt mal eine Weilchen alleine lassen. Hä? Ach so, das Overlays aus. Aha, ja. So, 213 hast du, ne? 6.000 Leben. Wie waren deine Werte noch mal? Oh, 4.000. Oh je, die muss ich noch ein bisschen leveln. Dann nehmen wir einfach mal einen grünen Schnabel mit. So, den nimm. Jetzt fliegen wir mal eine Weile mit dem hier rum. So, jetzt können wir gleich mal gucken, wie es hier sonst so aussieht. Ich habe die letzten paar Tage wieder nicht reingeschaut. Ich muss hier wieder gucken, wo der Stand der Dinge ist hier. Uh. Prima. Sehr gut. Und du? Auch. Wunderbar. Tipptopp. Und wie sieht es hier aus? Prächtig. Überall 20.000. Ja, gut. Fast 20.000 überall. Na ja, das reicht. Okay, dann kann man den Dünger einlagern. Das passt schon. So. Weg damit. Ja, wo willst du hin? Kannst du gerade mal abschminken, dass du jetzt hier rauskommst. Ich kann noch meine Pappen heim mal. Wollte ja schon wieder schiften gehen, dann fernig. Ja, wenn ich das erste Mal, dass er plötzlich ganz woanders ist. Kollege, diese Richtung. Gut. Ist immer noch ein bisschen dunkel, stelle ich gerade fest. So, der Büber geht es auch gut. Das ist schön. So mag ich das. So mag ich das. Bim, 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 bim. Ja, bald ist wieder Weihnachten. Dauert nicht mehr lange. Wie geht es auch gut? Wunderbar. Sind ja auch schon wieder in den ganzen Läden. Überliegend der ganze Weihnachtssüßkram. Mal wieder ein halbes Jahr vorher, wie immer. Unfassbar. So, dem Spino. Beim Spino war ich schon lange nicht mehr. Da können wir nicht mal vorbeischauen. Gucken, wie es dem geht. Der steht hier so ganz einsam auf seinem Felsen rum. Vielleicht ist das noch finster. Ich mache mal die Fackel wieder an, damit man mal sieht hier in dem Gestrüpp. So. So, einmal da rüber gehüpft. Na, wie geht es dir? Wie geht es auch gut? Okay, du sitzt hier oben ganz fidel auf deinem Felsen. Alles klar. Wieso nicht? So, jetzt mal gucken. Hm, ja, wir könnten mal eine Runde Fleisch besorgen gehen. Bis... Ja, und im selben Atemzug machen wir gleich mal eine kleine Runde mit unserem Juti. Ey, wenn ich mal hier vorbeikomme. Danke. Da komm, machen wir eine Abkürzung. Autsch. Autsch. Ah, das mit der Tür zu, das klappt irgendwie nicht so ganz. So, dann machen wir es halt die altmodische Art. Absteigen. Tür zu. So, dann gehen wir mal gucken, was der Busch so drauf hat mittlerweile. Gucken wir uns nochmal die Werte an. Hat über 20.000 Leben. 719 Schaden. Und Ausdauer ist auch in Ordnung. Ja, gehen wir nochmal gleich mal gucken, was der so drauf hat. Äh, jetzt muss ich nur was finden, was ich fressen kann. Ja, ein bisschen Schnee, wie um den Busseller ist. Allerdings auch ein bisschen kälter. Aber das macht ja hoffentlich nix. Da hinten haben wir doch schon einen Kano. Können wir doch gleich mal wegmampfen. Mal gucken. Über zwei. Na, komm mal her. Jawoll. Schön weggemampft. Oh, guck mal. Guck mal da. Was läuft denn hier alles rum? Guck mal, Wölfe. Oh, das ist ja auch ein hübscher. Ei, ei, ei. Aber ganz schön kleine. Keine, ups. Hallo? So. Da haben wir noch einen schwarzen. Zeigen wir mal her. Was ist der schwarze von Lavin? 55. Wenn ich gerade hoch... Könnte man nicht mal wegschnappen. So, komm mal her. Da scheißen sie sich ein und gehen. Ah, schön. Also der Juti ist ein... Ist ein echt cooles Vieh. Das wäre jetzt nur traurig, dass ich jetzt so kein Fleisch kriege, weil die Viecher alle abhauen. Äh, man hat da direkt den nächsten Level ab. Komm, gehen wir gleich mal auf Schaden. Ich könnte mir vorstellen, wenn man von denen ein paar hat, hat man eine richtig krasse Armee. Oh, jetzt frisst er den grünen Hirsch. Ah. Den fresse ich. So. Schön weggemampft. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ach. Äh. Da fällt mir gerade ein. Wir hatten ja noch einen neuen Bauplatz gefunden. Genau. Wo ich eventuell noch eine neue Basis aufbaue. Mal sehen. Ich müsste mich erst mal wieder hinfliegen. Und am besten vorher noch einen Teleporter machen, damit ich da schnell hin und her zappen kann. Das wäre eigentlich noch eine Idee. Können wir bei Gelegenheit mal tun. Zumindest mal schauen. Da habe ich für mich nicht alles täuscht. Hatte ich da eine... Vielleicht da eine bestimmte Idee, wie ich was... Oh. Hello. Noch nicht ein Dimorphodon. Oh, sogar. Wo ist es? Ei, ei, ei. Relativ hoch ist zumindest. Was haben wir hier? Und 140 ab. Ja. Verlockend. Verlockend. Real hätte ich dabei. Allerdings kein Honig jetzt. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich jetzt Honig dabei hätte, hätte man den Dreck mitnehmen können. Und da läuft ein Dödi. Oh, nee. Geh bloß weg. Du garstiges, kleines Mistvieh. Geh weg. Krass. Hätte ja auch noch zwei Bisse aus. Ich glaube es ja nicht. Was läuft hier? Das läuft hier. Ein Faultier. Hallöchen. Sogar 90er. Hm. Megatherium. Ist auch verlockend. Ich glaube... Ich glaube... Jetzt muss ich das... Na ja gut, machen wir es halt so. Von hier aus. Jawohl. Alles klar, wenn du das sagst. So, die Tür lasse ich jetzt einfach... Nee, ich mach sie zu. Ich mach sie zu. Auch wenn hier nie was rumrennt. Aber sicher, sicher, ne? So, Jutti. Lässt du mal da unten stehen. So, warte mal. Was frisst denn ein Megatherium? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, ein Lootrop. Ein Megatherium wollte ich mir eigentlich auch noch zähmen. Auf jeden Fall. Deswegen... Kommt mir der... Kommt mir das Weibchen da eigentlich direkt hinlegen. Baby-Aventaris. So, da ist er ja, der Kleine. Dir geht's gut? Hast du noch genug Fleisch? Ja, wunderbar. Er wächst und gedeiht und frisst. Ja. Na, kleiner Mann? Oh, ist der niedlich. Ist der niedlich. Oh, guck mal. Er ist schon gewachsen. Er ist tatsächlich ein bisschen gewachsen. Oh Gott, den sieht man kaum hier auf dem Holz. Er schmilzt mit dem Hintergrund. So, lassen wir es mal raus. Also, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste eigentlich Gemüse locker reichen, um ein Megatherium zu zähmen. Mal gucken, wir haben ja noch mehr als genug Gemüse. Komm, nehmen wir uns aber mal ein bisschen Mais mit hier. 140 Mais. Äh, ja, noch ein bisschen Zitrone, Kartoffeln. Komm, guck mal alles her. Hier, was haben wir noch Karotten? Genau. Zack, nehmen wir auch mal die Hälfte mit. So, dann würde ich sagen, wir zähmen uns das Weibchen durch. Dann haben wir das auch gleich. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, wo es war. So, lass mal gucken, mal gucken, irgendwo da oben. Ah, da läuft's ja. Da läuft's ja. Äh, ja, da. So, mein Lieber. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Wärmungsweiler habe ich dabei, aber ich glaube, ich nehme die Darts, glaube ich, tatsächlich. Warte, mach erstmal gucken, wie viel Torpor hast du, mein Freund? Oder meine Freundin? 6.000. Uh. Und nur 2.000 Läden. Ja, oh, ein Kompi. Ich habe lange keinen mehr gesehen. Ja, ich glaube, ich nehme die Darts. Sicher ist sicher. So, meine Liebe. Bam. Direkt erwischt. Uh. Alter, jetzt dachte ich gerade, die, äh, kommt hier auch ran. Weiß, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja. Oh, die ist ja gemütlich. Na, wo willst du denn hin? Ja, da sitzt sie. Hehe. Ihr guckt einfach nur. Oh, wo willst du hin? Oh nein. Oh, nee. Jetzt haut's hier ab. Geht ja mal gar nicht. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Hier lief doch gerade noch was. Schläfst du gleich? Ich glaube, die schläft gleich. Irgendwas läuft hier unten rum. Hier kriegst du mal einen Pfeil in den Hintern. Was ist jetzt passiert? Ich bin jetzt am Backrennen gewesen. Was war denn das jetzt? Komm, lass mal nach. Golland, da unten sehe ich dich nicht. Geht doch. Na komm. Na komm. Oh, nee. Ist doch nicht zu fassen. Dieser Krampf mit dem Betäuben hier. Könnte ich mir vielleicht doch mal ein vernünftiges Zebengehege bauen. Äh, warte. Moment, Moment. Nicht zu nah jetzt hier. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Schlaf halt. Weißt du, dann bin ich zufrieden. Ähm. Dann verlieren die so schnell Torpo, oder bin ich einfach nur zu langsam? Oh, nö. Kann natürlich sein, dass ich einfach zu langsam bin. Oh, Mist. Na komm. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Da. Sage mal. Das können schon viele Pfeile, das Vieh. Wo ist der denn jetzt? Ja. Erwischt. Jawohl. Glitsch dich fest. Genau. Jawohl. Boah, Frau, dein Schlaf jetzt. Mach's mich fertig. Hier. Bam. Erwischt. Der hat nicht mehr gewischt. Äh, nicht mehr. Hoffen. Ach, komm jetzt. Wo willst du denn so jetzt hin? Ja, genau. Schön mal wieder zurück an Land, wo du hingehörst. Menschenskinder. Und mit euch machen wir was mit hier. Ah, sag mal. Die Viecher sind doch noch schnell. Schau mal mit. Da kann ich das Vieh jetzt zu Fuß. Na, wo ist sie denn? Äh, hallo? Ach, da unten. Bam. Ich krieg dich, ich sag's dir. Ich krieg dich. Ah, da bist du ja. Ich hab' schon gefragt, wo du steckst. Ja, wir sind aber nicht lange. Sag mal. Ja, Heiland sagt, das viel verliert aber schnell, Torpor. Jetzt bleib halt mal da, oder? Leute, das dauert mir zu lang. Jetzt mal die Armbrust. Kann ich schneller schießen. Was war denn das? Ein Terrorblatt. Was muss man jetzt gerade machen? Gefehlt hier. Boah, Alter. Keine Zeit. Wo ist denn jetzt hin? Oh, nerv. Da. Da bist du ja. Ich glaube, wo ist der verkackte Terrorbird? So. Halt. Hier geblieben. Das gibt's einfach nicht. Das ist Viehschöler weg. Wo ist sie denn? Das sieht man ja auch so schlecht hier an dem schlechten Licht. Da ist ein Bär. Wollen wir nicht. Hallo? Jetzt hab ich sie verloren. Ah, nee. Da unten dann. Rennt wieder Richtung, Richtung Base. Och, komm jetzt. Komm jetzt. Machst mich fertig, geh. So, dann kriegst du das Fell direkt in die Nase. Komm, du. Bam. Geht doch. Heiland, zack. So, hier. Hast du dein Gemüse? Warte, die Karotten noch. Heiliger Bim Bam. Das hat jetzt gedauert. So, du komm mal wieder runter. Machen wir da Entfolgen. Normale Pfeile rein. Passt. So, wer weiß, wie lange das jetzt hier dauert. Wahrscheinlich eine ganze Ewigkeit jetzt. Ah, mehr Pfeile verbraten, als ich eigentlich gehofft hatte. Hm, schade. Yes. Okay, vor wem rennst du gerade weg? Ah. Wie darfst du den kleinen Terrorbirds hier? Oh, das ist aber ein Horror. 130er, wow. Hast du jetzt mal ein Megaterium gebissen? Natürlich. Ach, nee. Nee, nee. Stimmt, 44 Leute, nicht 44%. 3% erst. Okay, das kann eine Weile dauern. Alles klar, meine Lieben. Dann würde ich sagen, die Folge ist am letzten Letztes zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in alter Frische. Macht's gut. Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.